Aber auf jeden guten Angestellten kommt einer, der nicht so gut ist. Mal sehen. Unaufmerksam, ungeduldig und ein glasiger Blick. Sehen Sie sich genau die Ich-wäre-wirklich-lieber-gerade-ganz-woanders-Plakette an. Es gibt einen Begriff für solche Angestellte. Aber nennen wir diesen einfach Thaddeus. Dafür krieg ich aber Überstunden bezahlt, Mr. Krabs. Tut mir leid, ich versteh dich nicht. Werfen wir nun einen Blick darauf, wie Thaddeus sich auf seine Schicht vorbereitet. Merken Sie sich, kein Angestellter will ein Thaddeus sein. Werfen wir nun einen Blick auf den Arbeitsplatz von Thaddeus. Keine Sorge, Thaddeus, Mr. Schwammkopf kann Sie vertreten.